Was da gerade vorher war, eine Kleinigkeit, aber Kitschek hat da eben einen Einwurf ins Ausgeschmissen. Die unter den Furiosinnen, die verzichten auch. Die Kameras auf ein normales Auge. Also kommt hier überhaupt nicht durch, durch den Pyro-Einsatz aus dem BVB-Block. Wenn nicht gefährlich, aber doch massiv mit Rauchbomben gewesen ist. Kopf. Bierlich-Orlebiance. Vielen Dank.